Musik Nach 10 Stunden Flug bin ich am Malecón, fährt durch Havanna, rundsäglichen ist das Leben. Musik 50 Jahre nach Woodstock sind wir in Sommerhausen und weil Woodstock war auch nicht genau in Woodstock, sondern eine Stunde außerhalb und deswegen sind wir auch hier nicht in Würzburg, sondern in Sommerhausen. Genau, uns regnet auch ein bisschen, genauso wie Woodstock und das wird heute ein schönes Festival und wir haben alles mit dem Gepäck. Das ist ein grandioser Abend. Musik Jetzt gibt es aber noch eine Ansage, brauchen wir jetzt noch? Eine Ansage? Ja. Das Festival ist super. Das wollte ich hören. Genau. Also Servus. Tschüss und ich mach's gut. Servus. Musik 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 Sie merken schon, das wird heute mitreißen, das wird emotional, mal das Groove ein bisschen und ich würde sagen, holen wir sie noch mal einen großen Applaus auf die Bühne. Applaus Danke für jetzt. Ich muss es jetzt wissen, ehrlicher antworten, sind irgendwelche frisch verliebte heute Abend die Hände hoch? Ja. Ach, ich hab es gewusst, es ist eine Stadt der ultimativen Liebe. Das Eckig war, rief plötzlich rund. Und dann die Tage, da verstand mich nicht mal mehr mein Hund. Da waren die Tage, als über uns die Luft geflirrt. Und keiner wusste, wer hat wen zuerst verführt. Wir tanzten wie im Rausch die ganze Nacht. Das waren die Tage, als ich dachte, alles richtig so gemacht. Ja hallo, hier sind die Mozart Heroes, live in Sommerhausen. Es ist der Hammer hier. Geiles Festival. Geiles Festival. Tschüss. Wir freuen uns sehr, heute Abend im Rahmen dieses Festivals hier in Sommerhausen zu sein. Und Sommerhausen und dieses Wetter passt nicht so ganz heute, aber unser Publikum wirklich super hier. Lässt sich niemand abbringen von diesem Regen. Wir waren ja letzte Woche in Regensburg, da hat es auch nicht geregnet. Da war schönes Wetter. Irgendwie was vertauscht. Geiles Festival. Geiles Festival. La 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 Leilalai, 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 Leilalai. Sommerhausen, das war ein super schönes Konzert für uns hier mit diesem Publikum. Und jetzt sind wir am Ende und wir verabschieden uns mit, wie soll es anders sein, dem wahren Sound of Silence. Jawohl, genau. Ciao, macht's gut, bis bald. Ihr seid der Wahnsinn, ihr seid so cool drauf und deswegen spielen wir für euch mit der Fahndung. Wir haben nämlich eigentlich schon ein bisschen überzogen. Wir lassen Kuba-Ballis 2.0 und in Sommerhausen ist die geilste Stimmung. Sommerhausen, das war ein geniales Festival. Danke an alle, die da waren. Also, was ihr für eine Stimmung gemacht habt, Hammer. Unglaublich. Jetzt ist aber schon spät und ich würde sagen, wir schmeißen die Leute langsam raus, denn Bettchen ruft. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der fünfte Beatle, die vierte Dimension, der dreizehnte Apostel, nur für mich, ich schaffte schon. Herzlich willkommen im VIP-Bereich. Ja, VIP-Bereich, Infoboynt, alles wunderbar in Sommerhausen. Ein super Festival, super war's. Super. Prost. Prost. Zum Wohl. Hi, wir sind Lebrunettes. Und heute sind wir hier in Sommerhausen. Und es war mega schön. Und jetzt sagen wir Gute Nacht. Also, das Festival ist jetzt vorbei. Wir haben es gut überstanden. Es war eine tolle Party, es war ein tolles Fest, tolle Künstler, sechs Bühnen. Und wir freuen uns, es irgendwann wiederholen zu können. Vielen Dank.